Warum sollte man eigentlich in Weidhofen einkaufen? Nicht nur das Gewinnspiel mit den Sternen und der rote Flitzer als Hauptpreis sind ein Grund. Auch ein exklusives Lederset und eine tolle Uhr kannst du gewinnen. Aber sechs besonders wichtige Gründe sollte man überlegen. Unsere Jugendlichen brauchen dringend Ausbildungsplätze. Wirtschaft und Gesellschaft sind eng miteinander verbunden. Auch mit den Steuern der Unternehmen schaffen Städte unsere Lebensqualität. Viele Verkäufer kennt man persönlich und das schafft Vertrauen. Kurze Distanzen sparen Zeit, der Straßenverkehr nimmt zu und stresst gewaltig. Weil es einfach wert ist, etwas für seine Stadt und für sich selbst zu tun. Auch ein Spitzen-Ski-Set steht auf der Gewinnliste, sowie ein Skipass für die ganze Familie. Dazu noch ein tolles Kofferset mit Schuhgutschein und ein Modegutschein für sie und ihn. Wenn du zu Hause einkaufst, tust du es im Grunde nur für dich selbst. Musik 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 Musik